So Leute, jetzt mal wieder eine kleine Kurzkritik zu einem aktuellen Kinofilm von mir und zwar keinem geringen als furioser A Mad Max Saga, der quasi Prequel, Sequel Nachfolger von Mad Max Fury Road von George Miller und ich habe den Film gesehen in einer Pressevorführung und wollte euch kurz mal, ja meine Eindrücke schildern. Was nicht so ganz einfach ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, also zum einen war die Pressevorführung morgens um 10, was immer nicht das ideale, die ideale Uhrzeit ist, um ins Kino zu gehen, zumindest für mich nicht, weil ich ja immer auch noch sehr müde bin, aber was ich sagen kann ist, dass das schon jetzt ein Top Contender für meinen Film des Jahres sein wird. Warum ist das so? Also zum einen finde ich, ich bin ein großer Fan des Vorgängers. Mad Max Fury Road ist für mich einer der besten Actionfilme der letzten 10 Jahre oder noch mehr und safe in den besten, in der Top 10 der besten Actionfilme aller Zeiten. Das kann man schon mal sagen. Dementsprechend sind aber auch die Erwartungen hoch gewesen jetzt am Nachfolger, weil Mad Max Fury Road kam damals so ein bisschen aus dem Nichts, da hatte man vielleicht noch nicht so richtig die Erwartungshaltung. Klar, man kannte die, also ich kannte die, natürlich die Originaltrilogie von Mad Max, aber das war jetzt auch kein Franchise mehr, was hochaktuell war, das war wie gesagt in den 80ern quasi auserzählt. Und George Miller zu dem Zeitpunkt auch schon Mitte, Ende 70 glaube ich oder Mitte 70, jetzt ist er glaube ich 79 und man hat so gedacht, so ja, ob das irgendwie funktioniert, ich bin mir da nicht so sicher. Und dann war das einfach der krasseste Actionfilm, wie eben schon gesagt, den ich seit langem gesehen habe, mit handgemachter Action und ja, natürlich die Story war simpel, es war im Prinzip der teuerste U-Turn der Filmgeschichte, aber das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, weil es war halt einfach genau das, was es sein wollte. Brachiale Action, eine riesengroße Verfolgung sagt, wenn man will, die einfach so überragend inszeniert wurde, dass man auch gerne mal auf übliche Story oder Plots, Plot Beats verzichtet hat. Jetzt bei Furiosa ist das alles ein bisschen anders, die Erwartungshaltung ist eine andere, wir wissen jetzt, was George Miller kann immer noch, was er mit Fury Road gemacht hat und es wird schwerer, den Vorgänger zu toppen und man kann eigentlich auch nicht nochmal eine, eine mehr oder weniger inhaltslose Verfolgungsjagd zeigen. Und genau in diese Falle tappt er auch nicht, meiner Meinung nach, sondern Furiosa ist eine Fortsetzung auf filmischer Ebene, auch wenn es storytechnisch natürlich ein Prequel ist, denn, wie der Name schon sagt, erfahren wir über die Vorgeschichte von dem Charakter, den Charlize Theron in Fury Road gespielt hat. Zum Teil gespielt von Anna Taylor-Joy, aber auch noch einer anderen Schauspielerin, die die noch jüngere Version von Furiosa spielt. Und warum ist das ein Sequel und ein Prequel zugleich? Es ist ein Sequel, weil es von der, von der Machart, wie der Film, also die Action ist und die Story und so weiter, nicht einfach nur more of the same ist, sondern im Prinzip viel storylastiger ist. Es gibt mehr, ähm, Personen, es gibt mehr überhaupt, ich meine, ich weiß gar nicht, ob Charlize Theron wirklich mehr als drei Sätze geredet hat in Fury Road. Es gibt, ähm, eine ganze Arc, eine ganze Charakter-Arc, wir sehen Furiosa als kleines Mädchen, wie sie aufwächst, äh, quasi und dann irgendwann, ähm, gekidnappt wird und dann dort, ähm, aufwächst und zu der Person wird, die wir dann aus Fury Road kennen. Also da ist einfach schon viel mehr Story. Ähm, es gibt einen klaren Antagonisten mit dem Chris Hemsworth-Charakter und, ähm, ja, du hast einfach eine, eine andere Story. Es ist im Prinzip auch eine Revenge-Flick, ja, also, ähm, Furiosa, die am Anfang gekidnappt wird und mit ansehen muss, wie schlimme Sachen in ihrer Familie oder ihrem Stamm passieren, die, ähm, dann auch zusehen muss, wie Chris Hemsworth ihre Mutter, äh, umbringt und dann als kleines Mädchen eben, ähm, verschwindet im Prinzip und dann sich aufrafft, um Rache zu begehen an, an dem Chris Hemsworth-Charakter. Ähm, also es ist eigentlich ein klassischer Revenge-Flick und damit schon mal fundamental anders als, äh, das, was wir in Fury Road sehen. Ähm, es ist mehr Story, es ist mehr Fleisch dran, aber gleichzeitig ist es eben trotzdem in dem, es, äh, es ist die gleiche Wüste, es ist die gleiche Strecke, die mehr oder weniger, ähm, stattfindet. Und, ähm, vieles sieht ein bisschen aus wie Fury Road, ein bisschen künstlicher hatte ich das Gefühl, ein bisschen artifizieller hier und da, was aber ganz cool aussieht, was mich nicht gestört hat. Aber die Action, die Art der Action und let's face it, das ist der Grund, warum wir Fury Road lieben und warum wir auch reingehen. Bei allem anderen, was cool ist, aber die Action ist nun mal das, was diesen, dieses Franchise zieht. Die Action ist auf dem gleichen Level meiner Meinung nach wie bei Fury Road im Sinne von die Brachialität. Dieses, dieses Full Frontal, ich will mir fehlen die Worte, um das richtig zu beschreiben. Es ist Action, die richtig zur Sache geht, die richtig Schmackes hat. Egal, was es ist, wenn ein Auto Gas gibt, explodiert, sich überschlägt, wenn irgendwo jemand aufgespießt oder sonst irgendwas passiert wird, das hat alles einen unfassbaren Impact. Das, das nimmt dich richtig mit, das, du hast das Gefühl, dein, dein Kinositz wackelt, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Das ist eine Art von Action, die ich so eigentlich kaum noch aus aktuellem Hollywood, ähm, Blockbuster-Kino kenne. Was mir auch gefällt ist, dass, ähm, das Pacing des Films oder die gesamte Erzählweise ist auf einem sehr hohen Niveau. Ähnlich wie bei Fury Road, wo es die ganze Zeit, es fängt an und ist dann eigentlich so bis zum Ende des Films relativ weit oben, ohne große Pausen. Hier gibt's ein paar mehr Pausen, aber generell ist auch hier die, ähm, die Dichte an, an Action und an, an Furiosem, was passiert, ständig fast am Anschlag. In einem, in einem positiven, ähm, Sinn, weil du hast nicht, wie bei vielen anderen Blockbustern, Action-Set-Piece, dann hast du wieder Exposition-Talk, dann hast du wieder Action-Set-Piece, dann hast du wieder, die labern wieder irgendwas oder eine Liebesgeschichte oder irgend sowas. Dann wieder Action-Set-Piece und dann kommt das große Finale in drei Akten und so weiter und so fort. So fühlt sich Furiosa für mich nicht an. Furiosa ist sehr unvorhersehbar in einer gewissen Weise, weil es so eine, ja, es ist so unter Adrenalin, es ist ständig Action, ständig passiert was. Es gibt nicht so viele Ruhephasen, ähm, die nur drinne sind, um das nächste, um die nächste Action-Sequenz vorzubereiten, sondern, ich will mal ein Beispiel geben. Ähm, es gibt eine Verfolgungsanfang in der Wüste, wo, ähm, die Mutter von Furiosa versucht, sie, äh, zu retten. Also ich hab ja gesagt, sie wird entführt und die Mutter macht sich sozusagen, äh, klemmt sich an die Fersen der Entführer und versucht, sie zu retten. Und innerhalb dieser Sequenz, die ja eine abgeschlossene Sequenz ist, Mutter versucht Furiosa zu retten von den Entführern, gibt es aber immer wieder Rückschläge. Mal fällt sie runter, man muss sie absteigen, mal wechselt sie das Motorrad, mal wechselt sie die Waffen, mal killt sie jemand, nimmt dann von dem was. Und da gibt's die ganze Zeit so einen Progress. Auch wenn es eine Szene im Prinzip ist, oder eine, ein, wie soll man sagen, eine, so eine Sequenz, innerhalb dieser Sequenz passieren aber zig andere Sachen. Und, ähm, so fühlt sich auch der ganze Film an. Es gibt ein klares Ziel, es ist eine simple Story, es ist keine komplexe Story, es sind auch keine besonders komplexen Charaktere. Aber der Weg ist das Ziel in diesem Film und der macht so unfassbaren Spaß. Es passiert so viel, es schlägt so viel auf dich ein, dass ich tatsächlich ein zweites Mal erst reingehen muss, um alles zu begreifen, was ich da gesehen habe. Weil, meiner Meinung nach, Furiosa auch nur so strotzt von Detailverliebtheit. Das fängt schon bei den Kostümen an. Ähm, du siehst irgendwelche, irgendwelche, ähm, ähm, äh, Typen, irgendwelche, ja, Soldaten, die, die ihre Rüstung selbst gemacht haben aus, weiß ich nicht. Der eine hat eine Gürtelschnalle und die Gürtelschnalle ist, äh, quasi das Gesicht einer alten Puppe, also einer Spielzeugpuppe. Und, ähm, so ist es überall. Du fragst dich, was ist, woraus ist der Rucksack gemacht, woraus ist der Gürtel gemacht? Alles ist so improvisiert mit dem, was die halt da in der Endzeit zur Verfügung hatten. Und das strotzt nur so vor Detail, von der, von den Felgen, den Reifen, den, äh, den Kostümen, den Waffen, überall. Ich konnte gar nicht aufhören. Ich hätte am liebsten Pause gedrückt im Kino, um mir alles so erstmal anzugucken. Weil ich das Gefühl hatte, in jeder Szene war was Geiles zu entdecken. Ähm, also der, der, der Attention to Detail. Der war enorm. Die Action hat sich rund angefühlt. Die hat sich passend angefühlt. Wie soll ich's erklären? Wenn ein Auto irgendwo rüber will, dann fährt es da einfach rüber. Es klingt so simpel, aber die, die Brachialität, die, diese Wucht, mit der das alles inszeniert ist, hat so Bock gemacht. Ähm, es ist so ehrlich, so, 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 so ehrliche Action. Äh, ihr merkt schon, ich, ich ringe hier richtig um Worte, um das richtig einzuordnen. Weil, ähm, ich nicht so richtig, selber nicht so richtig greifen. Kann, warum mir das so Bock macht. Obwohl's auf einer gewissen Art und Weise nichts, also relativ simple, eine simple Story ist. Und, ähm, ja, es ist auch diese handgemachte Action. Es ist, äh, du freust dich, wenn ein Auto explodiert. Alles ist kohärent. Also, alles hat Sinn. Es passieren, es passieren so Sachen, wo ich das Gefühl hab, da, da würden andere Filme sagen, komm, das versendet sich. Oder das merkt eh keiner. Oder sowas. Aber hier hab ich das Gefühl, George Miller, der hat diese Szenen wirklich durchlebt mit seinen Schauspielen. Wenn da irgendwo auf dem Auto rumgekrabbelt wird und geschossen wird, dann überlegt er sich, okay, wo geht dieser Schuss hin? Was passiert dann? Wenn sie da hinguckt, wenn sie zurückguckt. Ich hab das Gefühl, es ist alles sehr, also so doof es klingt, weil der Film ist alles andere als authentisch. Aber es, in der Welt wirkt der sehr schlüssig und griffig. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich feier's total, muss ich sagen. Es hat mir einen unfassbaren Spaß gemacht. Ähm, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht, ähm, das Filmkritiker-Number-One-Review hier. Es ist eher eine Emotion, die ich versuche zu transportieren und einfach nur zu sagen, Leute, geht da rein, wenn ihr mit, ähm, Fury Road was anfangen konntet. Es ist nicht ein Rehash und das find ich geil. Es ist nicht einfach das Gleiche nochmal. Es ist aber trotzdem absolut im gleichen Universum verankert und man findet trotzdem die gleichen Sachen geil, die man auch bei Fury Road geil fand. Aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie ich's anders erklären soll. Ähm, ich frag mich ganz ehrlich. Wenn man das nicht im Kino guckt und wenn man Actionfilme oder den Vorgänger mag, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann gibt's keinen Grund mehr, dieses Jahr ins Kino zu gehen, glaub ich. Weil das ist ein Film, der ist gemacht, um nochmal im Kino mit seinen, äh, Kumpels, mit seinen Freunden, mit seinen Freundinnen irgendwie nochmal richtig, äh, zweieinhalb Stunden richtig Spaß zu haben. Und danach rauszugehen und das Gefühl zu haben, ja, ich hab hier gutes Geld investiert. Das war, ähm, das war der Preis des Tickets und der Nachos und weiß ich nicht, was, ähm, wirklich wert. Also von meiner Seite aus zwei Daumen hoch, geht da rein, guckt euch den Film im Kino an. Ich weiß nicht, ob's dieses Jahr zumindest action-technisch nochmal besser werden kann als Furyroza. Fury, 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 Furiosa, Furio, Furiosa. Wenn ich's englisch aussprechen will, geht's nicht. Furiosa, a Mad Max Story. Untertitelung des ZDF, 2020